Hallo liebe Freunde, wir behandeln weiter die Wechselpräpositionen bei Lokalangaben. Wir bleiben beim Komplex bei der Kategorie Bank, Post und Markt. Das Frageadverb ist jetzt aber Wo? Also wir fragen nach der Position und auf die Frage Wo steht der Dativ. Ich bin auf dem Markt oder ich bin am Markt. Wir brauchen nämlich Obst und Gemüse. Maria ist gerade auf der Bank. Sie will Geld abheben. Papa ist auf der Post. Er will ein Paket aufgeben. Meine Frau ist in der Sparkasse. Sie will etwas einzahlen. Ich gehe gern auf dem Flohmarkt spazieren. Da kann man so manches Schnäppchen schlagen. Auf dem Flohmarkt kann man so manches Schnäppchen schlagen. Das bedeutet sehr günstig etwas kaufen. Dankeschön.